Was will er, was kann er, der Markt? Das ist die Frage, die uns natürlich alle bewegt und das heute Nachmittag. Mit Blick auf den DAX sehen wir, dass er zumindest mal nach oben will. Über die Qualität des Anstiegs kann man tatsächlich zweifeln. Ihr wisst, dass ich ein bisschen immer das Auge drauf habe, wie eine Bewegung sich entwickelt und wenn ich den hinteren Teil hier angucke, habe ich zumindest mal den Eindruck, dass wir hier eine ganze Reihe Kursüberschneidungen haben, was klassisch für nicht die beste Richtung eben spricht. Allerdings wissen wir auch, solange er steigt, Leute, die ziehen wollen, soll man ziehen lassen, Märkte ebenso. Solange er steigt, muss man hier nicht auf die Abwärtsseite gehen. Wer schon long ist, aus welchen Gründen auch immer, kann natürlich sagen, dann bleiben wir halt mal tapfer drin und ziehen. Den Stopp zum Beispiel mit Supertrend, hier tapfer einfach hinterher oder wer es ein bisschen enger mag, könnte auf den Parabolik wechseln. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier alle Viertelstunde beispielsweise einen neuen Punkt zu kriegen. Ihr könnt euch auch für eine längere Zeit orientieren, wenn ihr zum Beispiel auf Tagesbasis unterwegs sein wollt. So wie wir das häufig schon besprochen haben, zieht ihr halt einfach hinterher. Denn so sehr man auch die Unke ruft oder umgekehrt, so sehr die Unke auch ruft oder zu Unken scheint, noch sind wir in der Aufwärtsbewegung drin. Und so richtig ist der Dreh nicht zu erkennen. Also ich bin mit dem Anstieg nicht so super glücklich, was das angeht. Aber solange der Markt nach oben geht, ist das doch wunderbar. Kann man die Stops einfach hinterherziehen. Wie gesagt, auf den großen Ebenen, wir haben es mehrmals schon besprochen, zieht er einfach auf Tagesbasis hinterher. Dann müsst ihr halt ein bisschen was auch hergeben, notfalls, wenn der Kurs dreht. Aber solange er weiterklettert, freut ihr euch ja. Na ja, es gibt ja weitere Gewinne. Das gleiche Prinzip für euch Intraday Trader natürlich ebenfalls möglich. Zieht einfach hinterher und freut euch, solange der Kurs oberhalb dieser Punkte hier eben bleibt, ist alles gut. Und wenn er dann dreht, dann werdet ihr da halt rausgenommen. So richtig schön, um da jetzt allerdings einen Einstieg zu finden. Mich begeistert das nicht. Gut, auf mich kommt es nicht an. Wenn der Markt dann klettert, dann habe ich notfalls die Bewegung auch mal verpasst. Aber ich mag es nicht, wenn ein Kurs so viele Kursbewegungen so gegenläufig hat. Da habe ich häufig den Eindruck, das wird nichts Gutes, was wir da rauslesen können. Aber gucken wir mal nach Amerika, denn vielleicht ist das viel sinnvoller. Und gerade jetzt, um diese Uhrzeit sowieso, vielleicht eher die richtige Wahl, hier unterwegs zu sein. Und ich habe hier mal eine Skizze drin gelassen. Das ist im Fünf-Minuten-Chart hier beim YM. Das ist der Dow Jones Future. Und dann sehen wir die Abwärtsbewegung, die wir hier hatten. Hat ja diese vielen Überschneidungen. Da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen. Die Aufwärtsbewegung ist relativ stark. Dreiwillig nach unten im Wesentlichen, wenn ihr da nicht so sicher seid. Naja, wir haben hier, dann hatten wir hier die größte Pause. Übrigens auch dreiwillig. Hier nochmal ein Rücksetzer. Das ist eigentlich ein Zeichen für, naja, das, was wir vorne haben, da hinten nochmal. Aber ich habe es extra mal hier angezeichnet. Wir sind unter die 78,6. Das ist für mich immer so ein bisschen so das Warnsignal. Wenn er so tief runter geht, eigentlich müsste er dann sogar diese Tiefmarke hier auch nochmal durchstoßen. Ich mache es mal weg. Also wenn die 78,6 durchstoßen wird, tiefster Punkt. Wie kommt man dazu? Tiefster Punkt, höchster Punkt. Die oberen Marken, die brauchen wir nicht mehr. Da waren wir ja durch. Das ist jetzt meine Kontrollmarke. Wenn wir da durch sind, ist es sehr realistisch eigentlich, dass wir das Ding hier auch nochmal sehen. Und ich vermute fast schon, da geht es noch ein bisschen tiefer. Zumal der Anstieg hier, naja, wissen wir noch nicht genau. Eine Lösung für ein mögliches politisches Szenario wäre das Zwischenhoch, was wir am heutigen Mittag hatten. 13.10 Uhr gab es einen Mittagshoch sozusagen, ungefähr bei 34.100. Das im Future jetzt, der Index ein bisschen abweichend, der das Zwischenhoch, wenn das gerissen wird, wäre das zumindest mal eine nicht ganz unrealistische Chance, dass das, was wir hier haben, da hinten nochmal passiert. Auch wenn das für mich kein Trade ist, den ich umsetzen werde. Denn ihr seht schon, nehme man es bleibt bei der 1 zu 1 Projektion, dann ist das ja meine Zielerwartung, da oben irgendwo. Und wo soll ich das Ganze stoppen? Das ist mir zu weit auf der Stopp-Seite und zu wenig auf der Gewinn-Seite. Deshalb ist das für mich eine nette Logik, aber für mich zumindest mal nicht etwas, was ich umsetzen will. Insofern, ihr seht mich ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht so richtig, was ich hier umsetzen soll aktuell. Ich hätte sofort eine Idee, wenn dieser Anstieg hier, den wir da haben, ich mache den mal ein bisschen versetzt, dann kann man das vielleicht besser parallel sehen. Wenn dieser Anstieg, den wir jetzt bekommen, irgendwann mal eine schöne Pause macht, also hier so in diesen mittleren Bereich wieder reinfällt, ich mache es noch mal eine Stufe deutlicher, also den Anstieg und anschließend kriegen wir so eine schöne A, B, C oder mehrfach hin und her mit Kursüberschneidung. Wenn wir das hier nachher bekämen, dann wäre ich wiederum begeistert, dann wäre aber nicht das mein Einstieg, sondern die meisten von euch erahnen es schon. Dieses Hoch böte dann im Laufe des Nachmittags oder frühen Abends dann eben entsprechend die Triggermarke geht der Kurs hier durch. Dann würde ich erwarten, dass wir das erste Teilstück, dieses hier noch mal machen und dann ja vielleicht sogar noch ein bisschen weiter gehen und nämlich auf diese Hochs, denn auch dann hätten wir ja diese Marke durchstoßen und dann seht ihr, haben wir auf einmal aus der gleichen grundsätzlichen Idee ein viel bessere Chance-Risiko-Verhältnis hingekriegt. Nachteil ist, es kann sein, dass der Chart nicht so deutlich aussieht, dann bin ich halt nicht mit dabei, aber Vorteil ist, die blödere Situation, die einfach nachteilig ist von der Statistik, die muss ich jetzt nicht ausfiebern sozusagen oder mitfiebern, dass die dann hoffentlich noch gut geht, denn das wäre hier, sagen wir mal, nicht das präferierte Bild und deshalb die Erwartungshaltung, dass das unter Umständen nicht gut geht hier in diesem Beispiel. Ihr seht, so richtig glücklich bin ich mit der Long-Seite im Moment nicht. Die Short-Seite ist aber auch noch nicht so 100 Prozent im Angebot. Wenn ich mir was wünschen dürfte und das Wünschen geht ja immer, wir haben hier den S und P, wenn ich mir das angucke, so ganz grob, das ist hier der relativ starke Anstieg hier, wenn ich mir das mal so ganz grob angucke, dann soll er doch hier von mir aus noch einmal tiefer gehen, ein tieferes Tief ausbilden und dann hätten wir die Chance, vielleicht hier, vielleicht hier irgendwo noch mal einen ordentlichen Einstieg zu bringen nach oben. Also ihr seht, so richtig auf der Short-Seite bin ich noch nicht angekommen. Also es gibt noch für mich hier zumindest mal im Chart noch kein echtes Indiz für die Short-Seite. Im Kleinen, wie gesagt, gerne eigentlich, aber das sind alles noch eher bullische Szenarien. Ihr seht, dass es wackelig runter geht und wackelig runter ist noch nicht der große Wille, dass da Druck entsteht. Das heißt, auch wenn ihr von mir ja wisst, dass ich durchaus mir vorstellen kann, dass der Kurs das noch mal macht, im Moment sehe ich dafür keinen Handlungsbedarf für die Abwärtsseite. Aber wenn ich mir das angucke, auch noch nicht die richtige Begeisterung für die Long-Seite. Trotz alledem, hier hätte man die Marke auch von heute Mittag 13.20 Uhr. Also wer jetzt dringend sagt, ich muss einfach long, ist mir völlig egal, dann wäre das hier meine Ping-Marke, wo ich sage, ungefähr 4.140, also wie gesagt, kurz nach 13 Uhr heute, die ich als einen möglichen Long-Einstieg eben nehmen würde. Umso lieber, je mehr das impulsiv ist und diese Bewegung korrektiv, dann würde ich sogar lieber das handeln, denn das wäre ja mein ziemlich genau mein Handelsansatz. Scharf in die eine, wackelig in die Gegenrichtung und dann die Fortsetzung eben zu handeln. Ja, da muss ich den S&P eigentlich gar nicht groß breit treten, denn das Bild ist hier nahezu identisch. Deshalb lasse ich euch den Spaß selber mal hier rumzumalen. Es ist nahezu gleich wie der S&P 500, meine Erwartungshaltung auch entsprechend ähnlich. Ja, viel mehr kann man hier eigentlich nicht sagen. Ich bin ein bisschen lustlos, wenn ich auf diesen Chart gucke, denn das Bild gefällt mir einfach nicht und das Auge handelt mit, hätte ich fast gesagt. Das Auge ist mit, sagt man manchmal. Wenn es nicht toll aussieht, dann bleibe ich notfalls auch mal am Seitenrand stehen und warte, bis man mir es wieder recht macht. Na, in diesem Sinne, euch Toi 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 bei eurer Umsetzung. Liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.